Wo ich, äh, Wurm sein. Ja, okay. Ich hab nur kein Baumaterial. Ja, ich hab... Da ist so ein Wurm. Komm her. Oh, fuck. Oh, fuck. Hast du mir vielleicht noch ein, zwei Heiltränkchen? Ich hab nur einen einzigen. Hab ich gerade geblieben. Danke. Ich hab nur 26, deswegen kann ich mich auch keine geben. So, ich hab ein Problem. Dann port dich back. Oder rest in peace. Eins von beiden. Oder alle drei Sachen. Hey, das waren nur zwei. Ich glaub ich dem ist das erste. Ich hab ja grad deinen Arsch ziemlich gerettet, ey. Diese vulgären Wörter. Deine Mutter. Schneidet's weg. Und schneidet sich den, äh, Finger weg. Oh, boah, nee, du hast mich grad richtig erschreckt. Da kam plötzlich so ein Lavastrung darunter. Ähm, ja. Dann komm ich jetzt hier wieder hoch am besten. Okay, so. Ja, komm, ich möchte auch noch kurz noch weiter kurz. Haben wir hier alles angemessen? Pff. Jetzt hüpf doch einfach hoch. Hast du keinen gelaufen? Nein. Hab ich immer noch nicht. Hä, ich hab noch eine in der Truhe. Hab ich aber vorhin schon gefragt. Pff. Hab ich noch eine Cloud? Ich glaub, ja. Haben wir schon eine Höllenschmiede gefunden? Nee, gell? Ähm, von unserem Rundgang nach unten links war eine. Die hab ich gesehen, links unten. Die hab ich aber noch nicht abgebaut. Weil die müssen wir abbauen. Ja, ja, aber das ist ja noch kein Stress. Wir finden bestimmt ja noch eine. Oh, guck mal, hab ich das perfekt geplant oder hab ich das perfekt geplant? Hast du perfekt geplant? Verdammt, da war ein Halt. Ja, die hab ich aufgesammelt. Ich hab jetzt auch welche. Oh, eine Truhe, wir haben noch keine. Ja, die Truhen für die Zuschauer, die können wir erst öffnen, wenn wir im Dungeon waren. Und eigentlich müssen wir eigentlich von der Logik her eigentlich erst ein Dungeon, oder? Ja, wenn wir schon hier sind, können wir grad hier noch ein bisschen farmen. Und in dem Dungeon gibt's, ähm, diese Nightmare-Schlüssel. Und wir brauchen einen, um alle Truhen zu öffnen. Ich brauch mal davon nur einen. Lohnt sich das, noch runterzukommen oder soll ich es grad lassen? Ähm, es lohnt sich. Und blohnt sich auf jeden Fall. Vor allem nach rechts hab ich jetzt auch schon einen recht guten Weg gebaut. Ja, ähm, wie viel brauchen wir denn jetzt von dem Zeugsfluch? Wir brauchen echt immens viel. Also ich würd sagen, dass wir fast alle eine Rüstung bauen. Ja, das ist doch die beste Rüstung, die wir haben können, bevor... Ja. Vor dem Hard-Mode, oder? Und... Ja. Ich find, das sollten wir schon machen, weil Hard-Mode ist echt, äh, Aua. Der ist Hard? Hard. Der ist echt Hard-Mode. Hm, 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 hm. Alter, die Viecher machen so Aua, ey. Brauchst du noch Heiltränke an die? Nee, du hast, gell? Nee, ich hab. Aber danke. Ah, hier ist doch. Guck mal, hier sind noch Höllenschmieden, zwei Stück an der Zeug. Genau, du kannst grad schon meine abbauen. Super. Die Höllenschmieden brauchen wir, um das Höllenzeugs zu machen, oder? Ja, genau. Nimmst du mal noch den Banner mit? Ja, kann ich gleich machen. Weil ich find das Equipment eigentlich echt cool. Boah, da werd ich von nem Dämon verfolgt. Ja, liebe Zuschauer, das ist gerade vielleicht ein bisschen öde oder auch spannend in der Hölle, aber... Bisschen Gefahr, ey. Aber Farmen ist halt immer, immer auch, äh, ein bisschen langweilig, aber... Die Schalde... Also, wenn die wüssten, wie mehr die Muffe geht, dann werden die Sau steigen. Warum hast du wieder Flitzekacke in der Hose? Du guckst mir fast ein Hemd. Ja, find ich süß. Hast du was zum Rüberbauen? Äh, ne, Höllenschmiede. Ja, ich hab auch schon eine, aber nimm die Rücke auch noch mit. Warum wirst du dich bauen? Ähm, oben wieder weiter nach rüber. Ah, warte, hier ist noch zwei Dinger, die wir nehmen können. Also, ich find die Hölle anstrengend, muss ich sagen. Ja, sie ist auch echt anstrengend. Kannst halt überall runterfahren. Alles die Viecher aus dem Nichts aufploppen. Oh, oh, hast du's raufgemacht? Ne, das war das Viech, was ich glaube. Das ist halt echt heftige Viecher. Ich komm da nicht hoch. Ja. Verdammt. Komm auch nicht. Ja, Andi, nicht hier so schnell rumrennen, jäh? Hä? Oh, ja, kommt das genau vor uns raus. Äh, kann jetzt schon passieren, dass wir... Äh, okay. Das war Absicht von dir, okay. Gut, danke. Kann es passieren, dass... Ähm, dass jetzt schon so eine Voodoo-Puppe in die Lava fällt? Nee, oder? Theoretisch kann das passieren, ja. Von welchen Viechern? Von den Viechern, die da... Genau, Dämonen, die eine Voodoo-Puppe an den Füßen hängen haben. Das sind die... Nee, welche sind die Dämonen? Die, die blauen Kreise schießen. Das ist da. Ja, genau. Okay. Oder nicht die da, die da aufbauten. Das sind die Imps, okay. Ja. Also kann ich den ruhig in die Lava reinhauen. Da gibt es eine Tür zur Lava. Ja, das stimmt. Die sollte man vielleicht nicht aufmachen, oder? Nein, vielleicht nicht. Oh! Ich habe hier ein Problem. Ja, du musst dich halt wieder hochbauen. Andi, nimmst du das Zeug gar nicht mit, oder wie? Doch, ich wollte dir rechts lassen. Äh, ja. Oh, ja gut, du machst es kaputt. Oh, da unten links ist sogar noch ein Tisch. Ein Hellstone-Tisch. Ja, kann man so ein bisschen Zeug mal mitnehmen hier. Ist der nach rechts gelaufen, oder? Ja, nach rechts. Auf dieser Steinbrücke. Hat irgendjemand noch Fackeln dabei? Nö. Ja. Ich nervte es hier nämlich schon, dass ich nichts sehe. Teilweise. Kennt ihr welche, wenn ich das mal... Oh mein Gott, es sind hier viele Viecher. Oh, fuck. Da kommt Fire Em. Äh, ja. Machst du mich kaputt? Oh, fuck! Ich habe heute Lava freigelassen. Puh. Ist sie runtergelaufen zu dir? Ne, ne, alles gut. Ich möchte eigentlich noch da so von unten ein bisschen dran nuckeln hier. Dranuckeln? Ja. Hm. Aua. So, wie lässt du erst mal die Viecher da runterkommen? Ja. Tobi, kannst du mir da ein paar Fackeln hinwerfeln, hinwerfeln, hinwerfeln gleich? Ich muss erstmal da hinkommen, wo ihr seid. Aber bisher? Kannst du die Türen, ja, wie sie genau nimmt. Na so, ich... Upsala. Komm, Tobi. Ja, ist schon spät. Ja, ist schon okay. So, Schatz. Guck, wenn man diesen Stein herbaut, dann kommt Lava raus. Lava, Lava. Hm, jetzt habe ich doch gerade auch tatsächlich Lava angeboten. Äh, äh... X-25. Ja, genau, sowas. Also, ich habe jetzt 104 Hellstone schon mal. Hä, hast du sie mit Türen geworfen, Tobi? Ah, ich schon, ja. Ähm, ja, dann habe ich die nicht bekommen. Ich habe... 156 Hellstone. Oh, gut. Habt ihr schon so viel? Ich habe 36. Oh mein Gott. Wo ist du? Ja, ne? Ich komme aus dem Schiff. Ey. Äh, Tobi, du solltest da jetzt rauskommen, sonst bauen wir dich zu. Zu spät. Baut ihr da weiter? Tobi, verteidigst du mich, dann baue ich. Jo. Und das Viech springt erstmal über den Tobi drüber, sah zumindest bei mir so aus. Hm. Ah, warte, warte. Nein. Okay. Tobi, das ist die Viech, ich beschiesse dich. Ah. Habe ich gefunden. Beschiesst mich? Feier, ich habe dich beschossen ein bisschen. Ach, der Flo ist da unten schon. Du hast ja schon... Ist hier ja schon. Nö, hat er nicht. Relativ große Ader in der Wand. Tobi, immer ein Block, äh, oh, mach den kaputt, bitte. Oh ja. Tobi, immer ein Block zwischen dir und dem Hearthstone lassen, ne, wenn du es abbaust. Hast du verstanden, oder? Die Taktik. Weißt du, hier zum Beispiel ist einer. Okay. Ähm, ich baue mich jetzt noch mal hier durch. Und du kannst ja warten. Oh. Ah, da habe ich die Wackeln. Hast du doch bekommen. Oh, ja, ja, ich habe sie doch bekommen. Irgendwie war das alles ein bisschen Dengel bei dir. Oh, fuck. Oh, da ist der Hearthstone. Flo, du hast nicht mehr ganz so viel Leben, gell? Nur so. Ah, du hast... Vergiss es, du hast 400. Jakob ist so süß. Fick dir. Ja. Flo, soviel dazu. Ah, kann da mal einer hingehen. Ähm, ja, ich bin da gleich. Oder der Andi oder so. Ja, ich bin gerade vor allem da ein bisschen. Der Tobi baut sich von unten durch. Ist das von oben alles? Oder sowas? Ich habe noch Stein, ja. Ich habe noch ein paar Schlickblöcke, die ich verwenden kann. Ja, bitte nicht die Asche benutzen, weil die geht so schnell kaputt. Hm. Flo, da warst du echt mutig. Ich baue mich kurz nur da rüber. Ja, ich weiß gar nicht, woher ich da plötzlich Schaden gekriege. Vielleicht war das so ein Feuerimp. Oh, die ganze Scheiße, die du dabei hast. Oh, oh. Einfach mal einen Halt drang trinken. Halleluja. Obacht, Jakob, obacht. Ja, ich habe einen Halt dringedrungen. Alles, alles super. Kannst du es hochbringen, Jakob? Ähm, ich konnte irgendwas nicht aufnehmen. Ach, Flo, du hast ja jeden Scheiß dabei. So, der Hut ist jetzt meiner. Nein, das ist mein Zauberhut. Magmastone, was? Ja, der macht Feuerschaden gegen Gegner. Okay. Hä, die Rose hast du auch schon? Ja, ich habe alles. Boah, wir sind dreckig Worm. Okay, ich glaube, ich habe alles. Und die Bottle und alles. So, nicht vergessen. Jo. Ähm, ja, dann machen wir einen Aufnahmestopp, oder wie? Null Uhr, ja. Ja, dann komme ich auch back. Gut, dann treffen wir uns. Lass uns doch kurz den Worm-Cupot machen. Ja, ja. Ähm, Jakob, willst du schon mal eine Höllenschmiede bei uns reinsetzen? Äh, ich habe zwei. Ähm, ja, vielleicht eine bei uns, eine bei dir, oder so? Ja, 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 klar. Tschüss. Miau. Ähm, Ani, du warst auch schon. Komm, ja, zurück. Ja, ich komme zurück. Tschüss, jup. Moment. So, soll ich zu dir kommen? Äh, ach, ich habe nur eine Höllenschmiede dabei. Dann packe ich die Zeug. Ich hätte ja auch noch zwei oder drei gehabt, glaube ich. Aber irgendwie habe ich die nicht aufgesammelt. Ich habe, glaube, nur eine. Ja, ich habe nur eine. Und mein Laserschwert und so. Ja, ich habe ein gelbes Laserschwert da. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich alles habe. Also, wenn nicht, dann... Gehe ich nochmal runter. Nee, eigentlich wurde ich ja alles so versammelt. Jakob. Ich packe es in die Truhe da rein. Das ist leichter. Ach, wie langsam ich bin. Hast du mein Hook auch? Äh, sehen wir gleich. Sehen wir gleich, Florian. Sehen wir gleich. Oh, ich habe mal da eine Treppe reingebaut. Ich packe es in die rechte goldene Truhe unten. Hier kriegst du mal noch Stone. Das ist deins, das ist deins. Ja, schon vergleichen, ob du was Besseres hast als ich. Danke. Ich bin der Höllen-Schmiede, Mami. Hier kriegst du... Naja, die Bomben kriegst du nicht. Dann auch schon scheiße. Kann man das Zeug nur in der Höllen-Schmiede verarbeiten, oder wie? Äh, ja. Bandi? Ja, ja, ja. Oder, okay. Das heißt, es kann... Okay. Florian, echt, ey. So viel Zeugs. Ich habe jetzt 50 davon. Hm. Der hat er noch. Hast du... Hattest du noch einen Boomerang dabei? Ähm, nee, aber ich hatte diverse Fernkampfwaffen. Ja, Bello... Bello Hurt habe ich ja schon gegeben, ja. Ja, und diese Weilthorn hätte ich gerne auch, ne? Was? Welche? Ja, du weißt schon welche. Mach keinen Schein, ich habe letztes Mal auch alles wiedergegeben. Ich habe keinen Weilthorn. Ich glaube, ich habe dir jetzt alles. Ja, komm. Ja, damit. Ich glaube, ich habe auch alles da reingepackt jetzt. Ja. Ähm... Außer den Hellstone, aber den wollen wir in eh verarbeiten. Ja. Jetzt brauchen wir Obsidian dazu, oder? Ob da... Dass man da irgendwas draus machen kann. Andi? Was? Jetzt brauchen wir Obsidian dazu. Brauchen wir? Ja. Hellstone, äh... Pricks gehen nur mit Obsidian. Wo habt ihr Obsidian? Okay. War das das? Äh, ich habe nur noch ein bisschen. Ich hatte genau 12. Die habe ich leider auch nicht. Meine Fackeln und so hast du behalten, oder? Äh, keine Ahnung, ob das jetzt die Fackeln noch von dir sind oder nicht. Ja, und die Closticks auch. Die Closticks? Ne, Closticks habe ich keine. Das habe ich eben viele. Closticks habe ich keine. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das kannst du auch in der Aufnahme ja nachschauen, wenn du es mir nicht glaubst. Ja, ich gehe jetzt nochmal runter. Da fehlt nämlich übel viel noch. Echt? Ja. Ja, dann gehe ich nochmal runter. Ähm... Ja, dann schau da echt mal noch. Hast du meine Musketenkugel? 100 Musketenkugel? Äh, nein. Ich habe nur Pfeile noch. Ne, habe ich echt nicht. Andi, ich habe auch nicht mehr so viele Obsidian. Ich habe nur 15. Ich habe jetzt auch nur 12. Hallo? Ach, warte, dein Hut noch. Ja. Habe ich voll vergessen. Hättest du auch sagen können, dass ich noch deinen Hut habe. Ach, den behältst du. Ne, ne, ne. Hört mir jetzt doch nicht auf, oder wie? Doch, würde ich schon sagen. Ähm... Hier, hast du ein paar. Das kann ich machen. Jetzt konnte ich halt nur 15 machen. Jetzt brauchen wir noch mehr Obsidian. Obsidian. Brauchen wir dafür auch Obsidian. Ja. Gut, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Genau. Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.